Warnung Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung Warnung 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 Für den fehlen halt die Getränke zum Aufschienen. Genau. Die habe ich jetzt hier gerade angebaut. Nahrung haben wir. Gelb ist wieviel? Also Nahrung ist voll. Bei allen. 16 von, von maximal 6 von Fischauslager. Du kannst halt hier mal reinklicken ins Kontor. Da wird einem immer eine Tendenz angezeigt, ob etwas irgendetwas fällt. Im Moment ist der Fisch relativ ausgeführt. Aber in dem Moment, wo du weitere Wohnhäuser brauchst, wirst du auch die Nahrung anfassen müssen. Wenn ich hier hinten irgendetwas anpassen muss, sag mir Bescheid, das folgt in einem bestimmten Muster, wie du es vielleicht mal siehst. Spiritosen werden verladen. Jeder neue Tag ist ein Geschenk. Ich habe keinen Wort verstanden. Ich habe links oben im Moment noch. Nein, wahrscheinlich die Frames per Second werden mir derzeit konstant angezeigt, ob man die irgendwie wegkriegt. Nein. Das ist sehr scheiße, weil das nicht hau. Das ist doch Geld. Nein. Ich habe da eine kleine 31 von Frankie Frames per Second. Ich kann unser Geld nicht lesen, was wir derzeit haben. Dann musst du da auf die Zahl gehen, dann kannst du es lesen. Ja. Wir müssen halt, so Getränke füllt sich. Ja, das muss halt einmal im grünen Bereich gewesen sein und danach fangen sie dann aufzusteigen. Wenn das einmal irgendwie bei 100 Cent ist, muss es nur zu 80 Prozent, muss es erfüllt werden, damit sie aufsteigen können. Jetzt sind wir halt bei 77 Cent, so jetzt sind wir bei 80 und jetzt werden ein Erster kommen und sagen, wir hätten gerne Werkzeuge, um aufzusteigen. Ich würde halt ein einzelnes Haus öffnen lassen, weil unser Werkzeug wird nicht schlecht. Na gut, das muss ich jetzt mal eben... Soll ich mal eben Werkzeug anfordern? Wir haben noch 10, ne? Ja, warte mal, was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch für Werkzeug? Ja, wir können ja abwarten. Wenn der erst aufzusteigen ist, werden wir es wissen, weil dann kommen wir uns zum Menü rein. Aber wir haben ja Aufstieg gesperrt. Ja, aber dann erscheint es über den Häusern, wenn sie aufzeigen wollen, ein grüner Pfeil und wir können das manuell machen. Ah. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Zumindest kenne ich es eigentlich so. Also, dass es das nicht komplett verbietet, sondern nur... Spiel gespeichert. Hier bleiben keine Wünsche auf! Ja, sie haben... Wir alle, was wir brauchen. Ja, das dauert aber einen Moment. Das muss eine gewisse Weile erfüllt sein. Ah. Und dann kommt halt irgendwann der Erste und sagt... Ja gut, aber der Fisch scheint sich füllen. Der füllt sich. Wenn auch Mini. Ja, aber minimal, sonst wäre eine grüne Tendenz erkennen im Konto. Also, es ist so minimal, dass wir uns leicht aus der Balance zu bringen sein, derzeit. Uns geht's prima. Ich glaube, 100 ist die Schwelle, um neue Sachen zu machen. Wir haben ja 94 von 96 Bewohnern. Ja, dann klatschen wir noch ein paar rein. Es kann halt sein, dass man auch ein Minimum braucht, damit man aufzusteigen. Und ich warte eigentlich auf den Aufstieg. Weil wir brauchen jetzt eine Gesamtzahl. Oder wollen die auch noch... Aber eigentlich haben sie im Moment die Aktivität gar nicht. Ja, Aktivität haben wir ja nichts. Ja, das verlangen wir aber derzeit eigentlich auch noch. Wird erst verlangt ab 114. 144 Arbeitern. Ja, bau mal aus. Geh mal Werkordern, bitte. Ich kann das nicht. Werkzeugordern. Klatsch mal hin. Ja, müssen wir ja. Bau mal die Siedlung aus. Das ist auch... Ne, die Häuser kosten ja nur Basalt, ne? Ja, bau mal ein paar. Warte, ich darf mal ein paar Häuser bauen, ne? Jetzt hat es ja noch ein paar ran, ja. Genau, jetzt können wir 152. Lass mal reichen. Einmal den Weg dahin klatschen. Das können wir ja machen. Oder will ich, soll ich. Wollen wir uns über Scheifehübsch, äh... Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Jetzt wird wahrscheinlich die Nahrung gleich runtergehen. So, und hier die Mitte, siehst du hier die Freude, die direkt neben dem Stadtzentrum sind. Ja. Da würde ich eigentlich persönlich freilassen, um da Feuerwehr und so reinzusetzen. Beziehungsweise die, äh... Beziehungsweise die, äh... Du wirst später eventuell die vier abreißen. Die würde ich nicht aufzeigen lassen. Die habe ich später auch vor, abzureißen, wenn man dann sowas wie Tavernen und so weiter reinkommt. Okay, dann hätte ich den Tatsache vollgemacht an deiner Stelle, aber dann sind wir uns ja eins. Ich denke nur, wir werden weitere Nahrung gebrauchen. Ja, ich glaube auch, ich sollte noch einen zweiten da hinsetzen. Ja, mach mal bitte. Mann, hier ist aber wieder was los. Oh, wir haben eine Plus-Bilanz. Oh, ja, wir haben eine Plus-Bilanz. Ja, dann setzt man ein Casino hin, ne? Weil dann wird er auf die Verwendung zu gehen. Ah, guck, jetzt kommen die Updates. Ja, Munde. Jetzt haben wir nämlich schon das nächste Baum, die jetzt ist nicht einmal ein Werkzeug. Ja. Deswegen bitte lass das Werkzeug da, wo du bist. Weil du musst schießt, Bürger. Bitte. Nein, nein, jetzt kommt erst mal Werk voll. Ja, dann bau mal Werkzeug. Moment. Gewonnen. Ich habe tatsächlich gewonnen. Hier bleiben keine Wünsche auf. Okay, jetzt haben die Produkte. Hast du irgendwas gebaut? Ich habe nix gebaut, nein. Dann geh mal bitte Werkzeug anfordern. Hä? Okay, bitte Werkzeug anfordern. Wir haben kein einzelnes Werkzeug mehr. Wahrscheinlich hat das Casino den Resten. Und ich kann in der Ereignik anfordern. Aber was kann ich für sie tun? Ihre Bestellung wurde bestätigt. Bestellung wurde bestätigt. Dann musst du es noch abholen, ne? Das ist ja alles gut machen. Ihr Auftrag. So, wir warten darauf, dass die Bestellung da ist. Die ist doch da. Nein, die dauert einen Moment, bis sie geliefert wird. Ja, da landet gerade jeden Tag. Der Schrauber. Das ist ja alles gut. Tut mir leid, bis wir nicht selber Werkzeuge herstellen dürfen, habt ihr ein Update-Verbot. Nicht wahr? Ja, das bleibt bitte so. Ich guck hier mal, oh, da... Super, da muss ich jetzt mal eben weiter. Hier ist eine Mine direkt um die Ecke, ja. Noch ein Basalt? Das ist kein Basalt, das ist eine Kohle-Menge. Aha. So, ich glaube, es ist ein... Scheiße, ich glaube gar nicht, wie es eine Vordermenge ist. Das ist hier. SAB AMG-L-Mensche Tja. 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 Tja.